In dieser Folge von Pyjama Business spreche ich mit Annalena Eckstein, die du vielleicht schon aus meinem Lilliversum kennst, über unseren gemeinsamen Prozess in meinem Angebot UnternehmerInnen Upgrade, als wir ihr neues, zweites Signature-Angebot kreiert haben. Du bekommst mit, was wir wie, wo, wann, warum und wie lange gemacht haben und kannst sehen, was dabei herauskommen kann, wenn wir eins zu eins an deinem Business arbeiten. Hallo und willkommen im Pyjama Business Podcast. Nach einer kleinen Content-Pause bin ich wieder zurück und das trifft sich sehr gut, weil meine Gesprächspartnerin heute quasi die Galleonsfigur ist von Online-Marketing, ohne dauernd online zu sein und ohne quasi diesen Druck zu haben, konsistent zu sein und jeden Tag sich zu zeigen und ständig Content zu teilen. Und wir machen heute zum ersten Mal eine Client Case Study. Also wir werden darüber sprechen, wie Annalena ihr neues Angebot gemeinsam mit mir entwickelt hat. Annalena, sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank schon mal vorab. Magst du dich ganz kurz selbst vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Ja, hallo Lilly und hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung. Also ich bin Annalena Eckstein. Ich schimpfe mich Online-Marketing-Mentorin. Und ja, eine sensationelle Einleitung von dir, Galleonsfigur für nicht dauernd online sein. Ja, das stimmt. Vielleicht klaue ich mir das als neue Line. Ja, also ich helfe meinen Kunden dabei, trotzdem sichtbar zu sein, aber halt eben nicht die ganze Zeit Insta-Stories machen zu müssen oder auch mal vier Wochen einen Podcast pausieren, wie das halt trotzdem klappt. Mein, ich sage mal, Geheimrezept dafür sind Apps in Kombination mit Newsletter. Deswegen ist das so mein Steckenpferd. Genau. Und ich war ja schon mal bei dir im Podcast und freue mich jetzt zum zweiten Mal da zu sein. Genau. Super. Das wollte ich auch noch sagen und werde ich noch verlinken in den Shownotes. Wir haben schon gegenseitige Podcast-Interviews gemacht über organische Reichweite, also mein Steckenpferd und bezahlte Reichweite. Damals warst du halt noch so die Werbeanzeigen-Expertin und da werden wir auch gleich dazu kommen, wie sich das vielleicht auch verändert hat im Prozess der Angebotsentwicklung. Ich war auch bei dir im 1-zu-1-Mentoring und im Online-Kurs für Werbeanzeigen und du warst bei mir im Kundenmagnetkurs in der Mastermind-Gruppe und jetzt eben im UnternehmerInnen-Upgrade. Da haben wir gemeinsam letztes Jahr in diesem 1-zu-1-Coaching dein neues Angebot im Boxformel entwickelt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Der Prozess hat schlussendlich mit Pausen und Sommer und Verlängerung tatsächlich von Januar bis November 2023 gedauert und wir hatten 15 Calls, wenn ich das richtig gesehen habe. Krass, habe ich gar nicht so in Erinnerung, aber ja, das war intensiv auf jeden Fall. Was hat dich denn dazu bewegt oder geführt, ein neues Angebot entwickeln zu wollen? Also du hattest ja schon lange die Ads-Formel und was war dann so der Auslöser oder dein Anliegen, dass du sagst, ich hätte jetzt gerne noch was zusätzlich? Ja, genau. Also mein erstes Thema, wo ich auch damals so ungefähr 2019 gestartet bin, so öffentlich zu werden, sage ich mal, waren halt die Werbeanzeigen. Und ich hatte da, wie du das auch schon gesagt hast, den Kurs beziehungsweise eher ein Gruppenprogramm, Ads-Formel. Und ich glaube, ich darf bescheiden sagen, dass die relativ bekannt und relativ beliebt ist. Also es hat immer ganz gut funktioniert. Ich habe damit auch Umsatzziele erreicht, die ich erreichen wollte. Also das war jetzt nicht so das Problem. Es ist aber eher so gewesen, vor ungefähr jetzt anderthalb Jahren, dass ich mich so ein bisschen, ja, ich sage mal, eingeschränkt gefühlt habe, weil ich halt so krass in dieser Nische war. Und ich finde das natürlich toll, wenn Leute sagen, ja, du bist die Werbeanzeigenexpertin für deutschsprachige, Coaches, blablabla. Das ist alles toll, bin ich auch sehr dankbar und bezahlt seit Jahren meine Rechnung. Ist alles ganz toll. Aber es schränkt dann halt so ein bisschen ein, finde ich. Und ich wollte mich so ein bisschen breiter aufstellen. Also weil ich halt auch einfach über die Jahre natürlich andere Marketingthemen auch beherrsche und Expertise habe, etc. Genau. Und dann, das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt, der dazu kommt, ist, dass Meta halt einfach eine relativ fehleranfällige Plattform ist und super viele Dinge schief gehen und ganz oft verändern die was. Und dann ist quasi, was ich heute sage, stimmt morgen nicht mehr. Und das hat mich irgendwie so genervt, dass ich da immer so krass, ja, eigentlich selber noch jeden Tag Schülerin bin. Und das hat mich irgendwie so genervt, dass ich dachte, boah, nee, mein ganzes Business und meine Existenz ja eigentlich, meine berufliche Existenz von dieser Plattform abhängig zu machen, das will ich halt nicht. Also das waren so die zwei Gründe. Ich habe mich selber eingeschränkt gefühlt und ich finde, die Plattform ist halt einfach scheiße, muss man mal ganz klar so sagen, sodass ich mich breiter aufstellen wollte. Du hast halt die Vorteile und die Nachteile einer Spitzenpositionierung erlebt. Einerseits Bekanntheit, die Leute wissen sofort, was sie bei dir bekommen, es spricht sich rum, womit sie dich verbinden können. Und andererseits natürlich genau dasselbe. Du bist dann auf dieses Thema beschränkt und eben auch abhängig von einer dritten Plattform, einem dritten Faktor, die du nicht beeinflussen kannst. Und wie du sagst, jeder, der schon mal irgendwie mit Facebook und Business Manager und Dings zu tun hatte, weiß, wie nervig und fehleranfällig das sein kann. Also war es dann bei dir wirklich so, dass du ständig irgendwie Lernvideos neu aufnehmen musstest oder irgendwas aktualisieren oder so? Also gerade, weil es eben ein technisches Thema ist, ne? Genau. Also wöchentlich gefühlt. Und manchmal habe ich Wochen oder auch Monate, dann kann ich damit umgehen und denke ich mir so, ja, mein Gott, ist halt dein Job. Jetzt nimm halt das Video, es dauert zehn Minuten und gut ist. Und manchmal bin ich halt einfach voll genervt und denke mir so, ich habe keinen Bock, mich davon abhängig zu machen. Oder die sperren ja auch einfach irgendwelche Werbekonten. Und da denke ich mir so, ja, keine Ahnung, also kann ja sein, dass ich morgen irgendwie komplett gesperrt werde. Klar bin ich die Expertin und ich habe auch Ansprechpartner da und ich habe bisher jedes Werbekonto wieder entsperrt bekommen. Aber who knows, ne? Was ist, wenn ich irgendwie mal einen Hackerangriff habe oder so? Also ich weiß es ja nicht, ne? Das sind halt einfach so Gründe, warum ich glaube, dass es egal von welcher Plattform einfach nicht gut ist, wenn man so abhängig ist von einer Plattform, egal welche das ist. Genau. Ja, und dann habe ich halt direkt eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich das dann, also diese Umpositionierung, ist es ja nicht ganz, aber vielleicht so eine Entwicklung von neuen Angeboten, war mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich das dann mit dir machen will, weil du in meiner Wahrnehmung was Ähnliches durchgemacht hast. Also korrigiere mich, wenn das für dich gar nicht so war. Aber in meiner Wahrnehmung, so als jemand, der dich beobachtet quasi, war das auch so, dass du irgendwann, 2000 irgendwann, als wirklich nur Texterin angefangen hast und so auch in die Öffentlichkeit getreten bist oder in Erscheinung getreten bist. Und jetzt würde ich dich halt nicht mehr Texterin nennen, sondern was ganz anderes. Und es ist aber ja keine richtige Umpositionierung, sondern es hat halt alles aufeinander aufgebaut. Und es war halt über die Jahre einfach deine Expertise, die halt dazugekommen ist und gewachsen ist. Und deswegen war mir eigentlich voll klar, dass ich das dann von dir begleiten lassen will, weil du eigentlich was Ähnliches durchgemacht hast. Ja, so war es auf jeden Fall. Also ich war ja auch als SEO-Texterin positioniert und war jetzt aber nie so die Person, die sagt, voll geil, ich in Google Analytics irgendwas erklären oder bei dem Tool jede Einstellung zeigen. Also das ist halt so gar nicht meins. So technische Tutorials oder ich kann es schon machen, ja, aber es ist jetzt nicht das, wo mein Herz aufgeht. Und das war dann bei mir halt genau dasselbe. Will ich jetzt für immer die SEO-Tante sein oder sind da nicht noch mehr Themen in mir, die vielleicht auch für andere Zielgruppen interessant sind? Also bei mir war es ja auch eine andere Zielgruppe dann, von so KMU und Konzerne in Richtung andere Selbstständige. Genau. Okay, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen von mir. Neben einem 1-zu-1-Coaching oder neben einer Zusammenarbeit mit mir speziell, welche Lösungswege hättest du dir vorgestellt für die Angebotsentwicklung oder was hast du vielleicht für Alternativen verglichen oder was wäre für dich so in Frage gekommen? Ja, also ich glaube, ich wusste einfach schon immer, dass das nicht so meine Expertise ist. Also mir so neue Produkte zu überlegen oder auch so eine Produktpalette perfekt aufzustellen ist, glaube ich, einfach nicht so meins. Ich weiß nicht, ob ich da nicht kreativ genug bin. Es ist mir im Grunde auch egal. Ich mache mich darüber jetzt nicht irgendwie selber fettig, aber es ist halt nicht so mein Steckenpferd, sodass mir eigentlich von Anfang an dann auch klar war, dass ich das auf alle Fälle mit jemandem zusammen machen möchte. Ich leide in Anführungsstrichen auch manchmal darunter, dass ich so oft so alleine bin. Also mich nervt, dass ich habe super gerne meine Mastermind-Gruppe, ich brauche die voll und ich tausche mich auch super gerne mit anderen aus. Und deswegen war mir klar, ich möchte das eigentlich nicht alleine machen. Und richtig viel verglichen habe ich ehrlich gesagt nicht, weil mir eigentlich von Anfang an klar war, dass ich das mit dir machen will. A, weil wir schon vorher zusammengearbeitet haben und das einfach menschlich gut klappt und B, auch einfach aus dem plumpen Grund, wie ich gerade schon gesagt habe, dass du das halt schon vorher gemacht hattest, also erlebt hast. Und ich eine wollte oder einen wollte, der das halt schon selber durch hat. Genau. Verstehe. Und dann kam irgendwann deine E-Mail, dass du dieses Unternehmerin-Upgrade jetzt hast und dann dachte ich, ah, okay, das passt ja perfekt. Ich habe dich gemeldet, ja, das weiß ich auch noch. Okay, das heißt, du hast schon gesagt, das ist jetzt nicht so deine Area of Expertise, also dein ExpertInnen-Gebiet. Welche Herausforderungen oder Fragen hattest du dann beim Thema Angebotsentwicklung? Also du hast eben gesagt, wir haben so von Ende Januar bis November gearbeitet und ich würde sagen, meine Herausforderungen haben sich total geändert in diesen knappen zehn Monaten. aber am Anfang, also zu Beginn, war das so, dass ich dachte, ja, kann ich das überhaupt machen? Darf ich das überhaupt? Weg von diesem nur Werbeanzeigen-Thema hin woanders oder verwirrt das die Leute oder finden die das unglaubwürdig? Also mir ist Authentizität sehr wichtig und ich dachte so, nee, jetzt denken die, jetzt komme ich hier auch und mache einen auf, ich bin jetzt auch noch Expertin für XY. Solche Gedanken hatte ich oder natürlich auch so, hey, ich habe jahrelang echt sehr gutes Geld auch mit dem Thema verdient, bin ich jetzt eigentlich bescheuert, dass ich das abgebe? Und ich gebe es ja nicht ganz ab, ich habe ja einfach jetzt nur erweitert. Aber das waren so zu Beginn die Herausforderungen, dass ich dachte so, ich muss das vielleicht auch erst mal strategisch mit wem besprechen, kann ich das, darf ich das? Naja, und dann innerhalb der Monate waren dann andere Herausforderungen, dann eher so, okay, wie packe ich das jetzt in einen Kurs? Will ich einen Kurs? Oder es gibt ja nicht nur Kurse, man denkt ja immer, es gibt nur noch Online-Kurse. Also dann so Angebotsformate waren dann auch eine Herausforderung. Und lustig, am Ende war dann dieses Mindset-Ding, so darf ich das gar nicht mehr, mein Thema eigentlich. Also das hat sich dann relativ schnell auch gelöst, ja. Ich habe mir ja auch angeschaut, was wir alles gemacht haben letztes Jahr. Vielleicht kann ich das mal kurz aufzählen. Das war dann nämlich auch dabei. Wir haben angefangen mit Ideenfindung, beziehungsweise ich glaube, wir haben sogar mit, also du hast schon gesagt, ich möchte was anderes machen als Werbeanzeigen. Ich habe auch so ein paar Ideen, was das sein könnte. Aber dann haben wir Marktforschung gemacht. Also du hast eine Umfrage gemacht, Eins-zu-Eins-Interviews, wir haben das gemeinsam ausgewertet. Und da hat sich dann ja schon gezeigt, relativ klar, die Leute wollen von dir wissen, wie man gute E-Mails schreibt und verkauft damit, weil sie das halt auch bei dir beobachtet und wahrgenommen haben, dass deine E-Mails halt cool sind. Also genau das, was du jetzt vorher auch gesagt hast, warum du halt mit mir arbeiten wolltest. Wir haben dein inneres Team uns angeschaut, also welche Stimmen sind da in dir eigentlich am Werken, gerade bei solchen Mindset-Themen, Gedankenkarussell, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben uns deine Customer Journey angeschaut, also was sind das für Leute, wo stehen die gerade, was brauchen die, was sind so ihre Berührungspunkte mit dir. Wir haben uns gemeinsam für ein Format entschieden, kann ich mich auch noch erinnern, weil das war so, soll es ein reiner Selbstlernkurs sein, soll es Live-Elemente haben. Das war ja auch spannend, oder, bei der Marktforschung, dass die Leute gesagt haben, auf keinen Fall Zoom-Calls, auf keinen Fall Live-Workshops, aber unbedingt eins zu eins Feedback von dir. Ich jetzt selber auch nicht so draufgekommen wäre, weil ich persönlich brauche halt kein Feedback irgendwie, ich mache halt so mein Ding und gebe es dann raus und ja, für mich war das überraschend. Ich glaube, für dich auch, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Namen gebrainstormt, das Konzept geschrieben, die Sales-Page getextet, dann auch so einen Aufbau gemacht für den Launch, Content, neues Freebie, die Promotion-Phase, die Launch-Phase und dann schließlich das Angebot an sich, auch mit so einer Jahres- und Umsatzplanung, was mache ich, wie, wo, wann, wie viel Geld kommt dann rein, etc. Bis schließlich eben die Kursinhalte besprechen, produzieren. Das hat sich dann auch natürlich ausgewirkt auf deine Positionierung, also eben von Werbeanzeigen-Expertin zu Online-Marketing-Mentorin und wir haben dann auch noch den Launch ausgewertet und deine nächsten Schritte festgehalten. Also das war halt wirklich so von A bis Z einmal alles, durchexerziert und genau, weil du eben sagtest, die Format-Entscheidung zum Beispiel, so welche Elemente können eigentlich alle drinnen sein und vielleicht auch Dinge, auf die man ohne Marktforschung oder ohne Austausch gar nicht so draufkommt. Ja. Und ich finde, das sind einfach viele Themen, die ich zumindest persönlich gerne einfach mal mit wem besprechen würde. Also einfach so ein Ping-Pong und wenn es nur so ein Sparing-Gespräch mit dir war, am Ende habe ich natürlich die Entscheidung getroffen, klar, aber ich finde das einfach besser, wenn man das einfach mal mit wem besprechen kann so und auch mal vielleicht andere Meinungen und so hört. So bin ich einfach. Deswegen war das für mich eigentlich klar, dass ich das nicht alleine machen will, ja. Ja. Du hast ja auch gesagt, du bist so eine Person, die Sachen gerne verbal prozessiert, also dieses Verbal Processing, wenn, oder vielen Leuten geht das ja so, wenn man es mal ausspricht und drüber spricht und ausformuliert, dann wird es natürlich auch viel klarer. Gab es Übungen oder Aufgaben oder Fragen, an die du dich noch besonders erinnern kannst oder wo du sagst, das war hilfreich, spannend, wertvoll oder hat mir einen Aha-Moment beschert? Ja, ich fand es immer gut, dass du besonders viel Wert darauf gelegt hast, dass ich halt überlege, was ich eigentlich will. Also klar, wir haben die Umfrage gemacht und ich habe meine Community mit einbezogen, aber trotzdem ist am Ende halt mein Angebot, mein Kurs, mein Support-Level ja auch, was ich irgendwie anbiete und da hast du halt immer gesagt, sagst du ja, okay, die wollen vielleicht das, aber willst du das denn auch oder kannst du dir das denn vorstellen, weil dann musst du auch, keine Ahnung, die Facebook-Gruppe betreuen oder die Live-Calls oder irgendwie sowas. Ja. Ist das das, was du willst? Das hast du eigentlich immer so nochmal mich gechallenged, dass ich das nochmal mir überlege. Das fand ich immer sehr hilfreich. Danke. Es könnte ja auch anders gehen, dass man halt einfach so eine Umfrage macht und sich dann komplett zu 100 Prozent daran hält. So, ne? Aber du hast immer auch gesagt, naja, Sinn und Zweck ist es ja auch, dass du jetzt was kreierst, was du auch dann fortlaufend betreuen kannst und möchtest. Genau, daran erinnern ich mich. Und ja auch noch dazu, dass du digitale Nomadin bist und halt am Reisen bist. Ich kann mich erinnern, einmal warst du irgendwie auf einem Schiff für ein, zwei Wochen ohne Internet oder so oder verschiedene Zeitzonen und da ist dann halt wirklich die Frage, ob Live-Calls da jetzt unbedingt dabei sein müssen, vor allem, wenn es die Leute sowieso nicht wollen. Also, ja, dieses maßgeschneiderte, dass es halt auch zu dir und deinem Zeit- und Energielevel und so passt, das finde ich persönlich halt total wichtig. Ja, ja. Also, das ist mir in Erinnerung geblieben und das mit dem inneren Team, was du jetzt eben schon kurz angesprochen hast, die Übung kannte ich halt auch nicht, das fand ich sehr, sehr cool, da man halt natürlich, wenn man am Anfang von so einem Prozess ist, auch mal Zweifel hat, das ist, glaube ich, auch ganz normal und dass man sich dann so aus unterschiedlichen Perspektiven mal anguckt, das fand ich auch, ja, irgendwie spaßig und auch hilfreich, ja. Ja, cool, danke. Wir hatten ja verschiedene Elemente der Zusammenarbeit, also die Live-Sessions, auch Voxer-Support, also über eine Sprachnachrichten- und Textnachrichten-App, so gab es einfach Weekly-Support, also wo wir schreiben können, einen oder, ich glaube, wir haben zwei VIP-Tage miteinander gemacht, also mehrere Stunden am Stück online und ein interaktives Workbook, also ein Google-Doc, wo wir immer alles dokumentiert haben und die Ressourcen verlinkt und die nächsten Schritte festgehalten und die Zeitpläne und Ideen etc. Was war da für dich am hilfreichsten? Auch das hat sich über die zehn Monate ein bisschen geändert oder sehr ändert. Also die Live-Calls waren ja eigentlich so die einzige Konstante, die waren ja wirklich immer da, in, ich sage mal, drei Wochen Abstand oder so, Pi mal Daumen. die brauchte ich natürlich irgendwie immer. Den Voxer-Support zum Beispiel habe ich am Anfang nicht so viel genutzt, als es noch mehr so um Strategie ging oder ich weiß nicht, wenn wir dann im Februar sind und wir von was sprechen, was im November gelauncht werden soll, irgendwie hat man dann ja schon noch eine Entfernung. Deswegen habe ich den dann nicht so gebraucht, aber Richtung Ende dann deutlich mehr. Also wenn dann so diese kleinen Scheiß-Fragen kommen, wenn man dann in irgendeinem Video sitzt und denkt, ach, wie wolltest du das nochmal machen? Also es hat sich so ein bisschen geändert. Im Grunde genommen würde ich aber sagen, dass alle drei Elemente, also sowohl das Workbook, die Calls als auch Voxer, sinnvoll waren, aber ich die halt einfach unterschiedlich häufig genutzt habe, je nachdem, wo ich halt irgendwie dran war. Aber das Dock fand ich, glaube ich, auch mega, mega hilfreich, also weil das einfach so ein, so funktioniert mein Kopf auch. Das war einfach so ein Dock von oben nach unten und wir haben alles reingeschrieben, alles in einem Dokument und so chronologisch, genau so funktioniert mein Kopf, also das war voll gut. Cool, das freut mich zu hören, weil ich habe immer Angst, dass das den Leuten irgendwie dann zu viel ist, weil unsere Dock hat wahrscheinlich 200 Seiten gemeinsam, aber mit diesen verschiedenen, man kann ja in Google Docs so ein Inhaltsverzeichnis machen, ein klickbares und die Dokumentenleiste und so, finde ich, kann man sich da doch gut zurechtfinden und hat eben alles an einem Ort gemeinsam, was ich auch immer total hilfreich finde. Ja. Okay, das heißt, so am Anfang, wo wir eher so Mindset und Strategie gemacht haben, hast du weniger Support zwischendurch gebraucht und dann, wo es wirklich in die Umsetzung ging, haben wir halt viel so Feedback gemacht, Ideen kurz besprechen, was hältst du davon oder was wollte ich jetzt nochmal in Modul 3 mit reinnehmen, das war dann so kleinteiliger, wo man zwischendurch so schnell mal sich austauschen kann und nicht immer bis zum Call warten will oder muss. Ja. Das hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würden wir so halt ein Team sein und klar waren wir auch, aber also als wärst du quasi in meinem Team, so wie so ein Teammitglied oder eine Angestellte, so hat sich das dann am Ende angefühlt und das ist halt das, was ich manchmal so ein bisschen vermisse oder wo ich glaube ich, also manchmal denke ich so, ich bin eigentlich eine ganz schlechte Selbstständige, weil ich glaube, ich wäre viel besser in einem großen Team irgendwo Angestellt. Ja. Ja, das habe ich halt voll genossen, dass ich dann so gegen Ende dann bei so kleinen Fragen, die kurz bei Boxer schreiben konnte und dann war das auch in fünf Minuten erledigt. Ja, das fehlt eben oft, dieser Austausch im Alt. Voll. Und für mich war es auch total schön, durch dieses Format wirklich so so nah dran zu sein. Also ich habe ja wirklich auch im Google Doc irgendwas reingeschrieben, Kommentare, Feedback, bei der Auswertung geholfen, getextet haben wir gemeinsam. Einmal haben wir auch einfach so eine Coworking-Session gemacht, also nicht Coaching, sondern an der Sales-Page gemeinsam gewerkelt und das habe ich halt auch schon lang nicht mehr gemacht. Also so wirklich für die Leute auch texten und da meine Finger drin haben, das habe ich auch sehr genossen. und ich muss sagen, dass ich dann halt auch manchmal so ein Stolzgefühl gehabt habe, wenn ich gewusst habe, oh, jetzt ist die Sales-Page online und ich bin raus und das war halt, ich war da irgendwie so involviert auch, das war halt auch schön, weil normalerweise bin ich es nicht so intensiv auf dem Level. Gibt es was, was dich irgendwie überrascht hat oder was du nicht erwartet hast oder ja, was dir irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist? Spontan fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Ich fand es nur gerade überraschend, als du nochmal so zusammengefasst hast, was wir alles so gemacht haben. Das ist halt immer krass, wie man das unterschätzt. Also man überschätzt, was man finde ich in der Woche oder einem Tag schafft. Da überschätze ich mich grenzenlos jeden Tag. Aber ich unterschätze mich, was man so halt in so zehn Monaten schaffen kann. Und wir Solopreneure, ich glaube, die meisten, die hier zuhören, sind eher so alleine oder haben vielleicht so ein Mitglied vielleicht noch im Team. Wir haben halt einfach nicht so viel Manpower, dass man halt so krass so schnell so viel umsetzen kann. Und was du eben so aufgezählt hast, dachte ich so, ah, okay, das in zehn Monaten ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und es war ja noch Sommerpause. Und ich weiß, so von meinem Gefühl her, weiß ich noch, habe ich so richtig, richtig losgelegt, eigentlich erst im Mai. Also ich fand so Februar bis Mai war viel so überlegen. Aber ich habe nicht viel umgesetzt. Also ich würde so von meinem Gefühl sagen, es war eigentlich eine Geschichte von Mai bis November. Und das fand ich jetzt überraschend, dass man da dann doch viel schafft, weil ich ja auch noch ein anderes Daily Business habe. Ich habe ja trotzdem noch gearbeitet und hatte noch meinen laufenden anderen Online-Kurs und so. Ja, du hast ja nebenbei auch noch die Ads-Formel nochmal gelauncht. Genau. Dann hatten wir auch noch so einen Summer Sale irgendwie spontan, die Idee dazu. Also das ist ja alles neben dem, was du auch noch zu tun hast. Genau. Aber das erlebe ich oft bei meinen Kundinnen, dass sie sagen, ah, das geht alles nicht schnell genug oder wir müssten doch jetzt schon weiter sein oder, also dass die Leute halt sofort in die Umsetzung gehen wollen, was ja auch klar ist, weil dann erst in der Umsetzung sehe ich ja sichtbare Ergebnisse und Fortschritte. Aber ja, ich finde halt diese Schritte davor, eben alle dann inneren Anteile mitzunehmen und deine Community und zu schauen, was willst du, was wollen die, womit geht es dir gut, ist halt notwendig. Auch wenn die Leute das immer ein bisschen als ausbremsen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ungeduldig sind viele dann so in dieser Anfangsphase. Also ich kann das total nachvollziehen. Aber ich glaube, so vom Endergebnis her hast du ja auch gesagt, dass das, dass genau das gut war. Nicht einfach irgendwas zusammenschustern, sondern sich halt wirklich bewusst überlegen, wie soll das mir dann langfristig dienen. Ja. Wie geht es dir denn heute mit deinem neuen Angebot? Magst du da ein bisschen erzählen? Wie ging es dann weiter mit der Inbox-Formel? Genau, Inbox-Formel heißt das gute Ding und das habe ich dann im November, also auch zum Ende unserer Zusammenarbeit dann halt gelauncht und das war auch mega erfolgreich, also fand ich super, dass es direkt beim ersten Mal so gut ankam. Also ich habe mir... Entschuldige, mir fällt gerade noch ein, ich wollte dich hier auch immer so ein bisschen dahin bewegen, einen Beta-Test zu machen, weil ich das halt persönlich hilfreich finde, aber du hast da auch wirklich gesagt, nein, ich würde es lieber zuerst alle Videos erstellen und abdrehen und ich weiß schon, was ich mache und genau das war dann der richtige Weg für dich. Also da hast du dich auch nicht von mir irgendwie abbringen lassen und fand ich auch cool. Also ich entscheide ja eh nichts für dich, aber ich habe schon manchmal so, um den Druck einfach rauszunehmen, so es gibt ja noch immer die Möglichkeit, einen Beta-Test erst zu machen, aber ja, das wolltest du nicht und das war dann am Ende auch gut, weil es war dann eine erfolgreiche Lounge und das Ding war dann halt auch schon fertig produziert, du hast dann den Stress nicht mehr gehabt damit. Ja, ich glaube, das war auch so mein Hintergedanke, also ich dachte so, nee, komm, ich arbeite jetzt hier mit Lilly und wir haben jetzt hier November, wir arbeiten seit Februar, wenn mache ich das jetzt auch direkt ganz und so, ich glaube, das war so meine Gedanken, Genau, ich habe dann einen richtigen Lounge gemacht, genau, und es hat halt auch gut funktioniert, ich hatte mir so eine Anzahl an Kundinnen überlegt und ich glaube, bis auf eine Person habe ich sie auch erreicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also war ich echt eigentlich happy, jetzt muss ich den bald wieder launchen, also es ist kein Evergreen, sondern ein Live-Lounge und jetzt steht das eigentlich an, dass ich den jetzt zum zweiten Mal dann launche und jetzt habe ich natürlich auch erste Testimonials von den Leuten und erste Rückmeldungen und so, das heißt, natürlich ist es jetzt noch nicht fertig, also den Launch muss ich jetzt natürlich nochmal verarbeiten und auch an der Sales-Page und so nochmal was ändern, genau, also das steht dann jetzt so in den nächsten Wochen oder Monaten an, ja. Okay, cool, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber wir haben ja dann auch, wir hatten noch eine Idee für den nächsten Launch, was man da live machen könnte, kannst du dich erinnern? Genau, ja, ein Bootcamp, ne, das meinst du? Ja, genau. Ja, 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 das hat beim letzten Mal ja, das hat beim letzten Mal irgendwie nicht so gut geklappt, weil dann irgendwie, ja, war dann doch noch irgendwie viel zu tun und dann hatte ich nochmal Urlaub und so, da dachte ich so, ach komm, ich mache das jetzt ohne Launch-Event, eigentlich auch total verrückt, so, ne, so wirklich einen ersten Verkauf, so ohne viel Marketing und so zu machen, ich habe auch keine Ads geschaltet und so, obwohl das ja mein Thema ist. Nur per E-Mail, oder? Ja, nur per E-Mail. Instagram. Genau, nur per E-Mail und deswegen bin ich halt auch so happy, dass das schon so gut geklappt hat und kann ja jetzt eigentlich nur noch besser werden, wenn ich dann mehr Marketing mache. Genau, aber ich wollte so ein Bootcamp machen, das ich dann halt im November doch nicht gemacht habe. Das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall, glaube ich, wieder machen. Ja, doch, doch. Cool. Okay. Und wie geht es jetzt allgemein für dich weiter? Also, was sind so deine nächsten Projekte oder Schritte oder passt das jetzt erstmal für dich, so diese zwei Themen, Werbeanzeigen und E-Mail-Marketing, was sich ja auch super ergänzt, ne? Also, da haben ja auch die Leute in der Umfrage gesagt, also eigentlich wäre das total logisch, wenn du jetzt von der Lead-Generierung zum Lead-Nurturing und quasi zum Verkaufen übergehst, ne? Macht ja. Ja. deswegen, das war, glaube ich, für keine andere Person war das so eine richtige Umpositionierung. Ich glaube, ich habe mir da am Anfang viel zu viel Stress gemacht, weil das eigentlich ja total logisch ist. Das ist keine Umpositionierung, das ist einfach der nächst logische Schritt und daraus einen Online-Kurs gemacht. Also, ja. Ja, also die nächsten Schritte wären jetzt eigentlich, dass ich jetzt halt diese Balance hinbekomme aus Ads-Formeln-Launchen und Inbox-Formeln-Launchen, also dass ich das jetzt irgendwie abwechselnd mache. Mein längerfristiges Ziel ist es dann auch, die Inbox-Formel auf Evergreen zu machen, also sprich, dass man die jederzeit kaufen kann. Ich halte aber nichts davon, das direkt von Anfang an zu machen, sondern ich will das ein paar Mal live launchen, um so wirklich zu wissen, wie es geht und ob das Freebie gut ist und sowas. Also, ich muss noch ein paar Mal live launchen, aber so auf lange Sicht soll das ein Evergreen werden, weil es einfach, finde ich, keine Begründung gibt, warum nicht. Also, ich muss die Leute da nicht abhalten, wenn sie den jederzeit kaufen möchten. Genau, also das... Das ist ein Evergreen-Thema, ne? Die Leute können jederzeit mit ihrem E-Mail-Marketing starten oder das optimieren. Genau. Bei Ads ist das zum Beispiel so, zum Beispiel im Dezember sind Ads deutlich teurer als jetzt im Mai oder sowas. Da macht das schon Sinn, dass ich so den Starttermin ein bisschen vorgebe, aber bei der Inbox-Formel sehe ich das nicht so. Genau, genau. Also, das ist so das lange Ziel. Ich habe jetzt kürzlich erst die Apps-Formel gelauncht, deswegen ist jetzt als nächstes dann wieder die Inbox-Formel dran. Okay, also ich muss ein bisschen abwechseln. Genau, genau. Und wie war der erste Durchgang für dich mit den ersten TeilnehmerInnen? Super. Also, auch das Feedback war mega gut. Man ist natürlich, wenn man weniger Support hat, ein bisschen, also nicht so nah dran. Zum Beispiel in meinem anderen Kurs in der Ads-Formel gibt es wöchentliche Calls, fast Facebook-Gruppen, Einzelcalls und so weiter. Da bin ich wirklich sehr nah dran und bekomme auch viel mit. Das war jetzt bei der Inbox-Formel halt nicht so, weil ich den Support da deutlich anders gestaltet habe. Genau. Und deswegen bin ich ein bisschen weiter entfernt einfach von den Leuten. Aber es haben dann einfach proaktiv mir dann schon Leute geschrieben und ich habe auch mal so eine Umfrage gemacht und das Feedback ist eigentlich durch die Bank echt positiv. Deswegen voll gut und der Launch war direkt gut. Deswegen eigentlich habe ich nur positive Gefühle. Mega. Ja, ist dann vielleicht auch ein nächster Schritt zu ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Angebot zu haben, wo man eben nicht so nah dran sein muss vielleicht. Wo man so ein bisschen die Leute selbst machen lassen kann und die wissen ja, worauf sie sich einlassen von Anfang an. Und wir haben ja noch so ein paar Elemente eingebaut, dass sie eben per E-Mail Fragen stellen können und Feedback von dir bekommen, aber halt alles asynchron. Und ja, vielleicht war das für die dann auch entspannter als wöchentliche Live-Fours und so könnte ich mir fast und Facebook gucken. Es gibt halt so und so, so und so Leute und das ist halt glaube ich ein Lerntyp. Aber wichtig ist, dass man es ja von Anfang an einfach so kommuniziert und dann mit jeder weiß, was jetzt irgendwie beinhaltet ist und was nicht. Aber ja, also das Feedback ist total positiv und auch relativ schnell kamen da schon positive Meldungen, wo ich mir dachte, ah okay, cool, also können die auch schon allein mit den Videos und den Inhalten was anfangen und müssen nicht erst das umsetzen und gucken, ob es funktioniert, sondern es war direkt in den ersten Wochen schon, haben sich Leute zurückgemeldet. Also richtig gut. Musstest du dann noch viel anpassen oder optimieren oder ergänzen oder so nach dem ersten Durchgang? Kaum. Nee. Also ich hatte, nee, also ich glaube, ich habe nicht ein einziges Video neu machen müssen. ich habe immer, ja, ich habe immer auch noch ein paar Downloads und so Texte und so, da habe ich schon noch ein bisschen was dran geändert, wo ich einfach gemerkt habe, ah okay, das wird vielleicht noch nicht klar oder so, weil einfach da Rückfragen kamen, wo ich mir dachte so, ah, das sollte eigentlich klar sein, dann muss ich es vielleicht nochmal umformulieren. Aber so die Reihenfolge der Module macht, glaube ich, total Sinn, da habe ich jetzt zumindest keine anderen Stimmen gehört oder auch, die haben halt direkt schon Ergebnisse, wie gesagt, das scheint ja dann auch alles zu funktionieren. Also ich glaube, das haben wir direkt von Anfang an echt gut gemacht beziehungsweise direkt das Erfolgsgeheimnis gefunden, weil so an der Struktur an sich war nicht nötig, was umzuwurschteln. Ich kann mich erinnern, da haben wir auch viel hin und her geschoben, so bei der Produktion dann so, ah, gehört das nicht doch eher in Modul 2 und dann nehme ich das Video da und da rein, weil was ist, wenn die dann da erst einsteigen und so, da haben wir auch viel Hirnschmalz reingesteckt beziehungsweise du, das so richtig logisch aufzubauen. Ja, hat geklappt. Hat geklappt. Gibt es noch was, was du Leuten mitgeben möchtest, die vielleicht auch gerade vor der Angebotsentwicklung stehen, also die sich vielleicht fragen, kann ich was Neues anbieten, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so mein Kernthema ist oder wie gehe ich es überhaupt an, ein Angebot zu entwickeln, magst du da irgendwas mitgeben aus deiner Erfahrung? Ja, also einer unserer ersten Schritte war ja diese Umfrage, die ich dann an meine Newsletterliste geschickt habe und das, so würde ich immer wieder anfangen beziehungsweise würde das empfehlen, dass man so anfängt, weil man da halt, also es ist ja so, dass man wahrscheinlich selber zehn Ideen im Kopf hat und sich aber dann nicht selber sortiert bekommt und das hat mir sehr geholfen, mich da auf das erste Thema oder das nächste Thema so zu konzentrieren und man hat halt direkt dann das Feedback der Leute und weiß, okay, also es wird wohl schon jemand kaufen, wenn sich die Leute das wünschen, also es beruhigt einen auch so ein bisschen. Das wäre so das eine und das andere ist, was ich eben schon sagte, so dieses unterschätzt nicht, wie viel man dann auch in zehn Monaten schafft, also wenn man das so will und jetzt, also jetzt haben wir ja auch noch nicht mal die Hälfte des Jahres um, man könnte dieses Jahr auch noch ein neues Angebot machen, also das kriegt man schon hin, auch wenn das erstmal so aussieht wie ein Berg, den man ja niemals umgesetzt bekommt, dachte ich auch, wenn man das einfach kleinschrittig runterbricht in so einzelne To-Dos, kann man das schon auch 2024 noch rocken, glaube ich, ja. Ja, super, danke dir. Das heißt, wir können dann Freebie verlinken, dann aktuelles, oder? Ja, gerne. Und gibt es vielleicht bald die Einladung zum Bootcamp. Genau, das kann ich noch nicht verlinken, aber ich kann schon mal die Warteliste vielleicht, also dann würdest du, wenn du auf der Warteliste stehst, auch auf jeden Fall davon erfahren, ja, per E-Mail. Ja, perfekt, dann machen wir das in die Show. Okay, liebe Annalena, ich danke dir sehr fürs Teilen deiner Erfahrungen, ich glaube, dass das für viele hilfreich ist, mal zu hören, was da so auf einen zukommt, wie der Prozess verläuft, die Höhen und Tiefen einfach und was dann auch dabei rauskommen kann, auch wenn man es manchmal vielleicht hinschmeißen will oder sagt, ach, warum tue ich mir das überhaupt an? Also, vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ja, klar, sehr, sehr, sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte. Aber nämlich Tiefen wird